Wir sind herzlich willkommen hier bei der VivaNess und vor allem bei uns hier bei VivaNess OnStage. Wir freuen uns ja, dass die alle hier sind und uns gefunden haben hier bei VivaNess OnStage. Wir haben viel, viel vor, vier Tage lang die tollsten Vorführungen. Wir haben zum Beispiel Make-up-Shows, neueste Tränen für den Alltag übersetzt. Wir haben jetzt auch gleich was ganz Spannendes, das ich gleich verraten werde. Oder wir haben umgabende, revolutionäre Produkte, gleich dazu her. Deutsch und Englisch, das sind die Sprachen, die wir hier hören werden. Ich switche immer wieder her, beziehungsweise jetzt gleich auch unsere Referenten. Welcome to VivaNess OnStage, interesting Make-up-Shows as well as new and revolutionary products, all that we show on this stage. And we are happy to have you here and glad that you found us here with VivaNess OnStage. English and German are the languages you will hear. I switch in the languages so everybody can understand everything. Let's start. Schaoyun Anti-Aging Räutermaske und Essenz. Schaoyun Anti-Aging Purple Mask and Essence. This is what we are going to see now. So what's on this stage? A novelty based on traditional Chinese medicine. Please keep in mind that holistic health is the aim. Also, was sehen wir jetzt? Eine Neuheit, die sich an der traditionellen chinesischen Medizin orientiert und mit ganzheitlicher Gesundheit als Ziel formuliert hat. Please welcome the speaker, Mani Lashtari and Schaoyun. She is the boss of Schaoyun, I will say in English. Herzlich willkommen, die beiden Redner, Mani Lashtari und die Geschäftsinhaberin Schaoyun von der Firma Schaoyun Natural Health and Beauty, also von der Firma Schaoyun Natural Health and Beauty, nach der Inhaberin auch benannt. Herzlich willkommen bei VivaNess OnStage und einen herzlichen Applaus. Hi everybody, got a big turnout today, how are we all doing? All good? Yeah, very good. So yeah, what Schaoyun's going to do today is put your client Anti-Aging Cream onto Lorraine's face. Anti-Aging Mask, sorry. How are you feeling about that, Lorraine? You okay? Nice and comfortable? She says yes. Heute zeigen wir eine ganz tolle, natürliche Anti-Aging Maske aus Rano-Dermaloxidung und Ginsenextrakt und Perlenpulver. Das müssen wir jetzt zusammen, jede einzelne Zutaten, aber normalerweise bekommen wir im Kosmetikbereich eine große Kose. Für die Kosmetiklinien oder verkaufen kann man nur eine Löffel erreichen aus. Und dann nehmen wir auch vier Koffeln. Exzent. Yes, so today she's preparing the product as she would in a clinic. But you can buy this product rather than mixing it all together yourself at home. So, ready-made, the mix would look a bit like this. And what you would do is you'd combine that with the actual essence, the anti-aging herbal essence in the mixture. Wir sehen jetzt, wie die Maske aufgetragen wird und natürlich hat es einen absolut entspannenden Faktor dabei. Das sieht man natürlich bei unseren Models, die sich sehr entspannt ist. Auf der Bühne ist es jetzt so, dass das Gesicht schon vorgehalten wurde, kein Make-up mehr auf der Haut und schön ausgereinigt im Vorfeld, so dass die Maske jetzt auch wirklich gut einziehen kann. Yes. This is what 42 looks like on me. Not me personally, I'm not 42. That's a Cheyenne. Three years ago that picture was taken. As you can see, it hasn't much changed on her skin, so she's 45 now. And she's been mixing her own portions regularly. I use this Maske every week. All the products have we tested. Of course, only the Maske is not enough. A healthy diet is very important for the anti-aging factor. Our collagen needs to be healthy. The product is also very important. The product of the display has plenty haired with computing stars. Yes. The product of the Klima heads are totally in good shape. The product of the Klima is now to be a present of the Bulgaria, it has a propernuseen combination to look at the染em layer. Unsere Creme ist ganz sparsam und sehr ergebend, dass es von der Gesicht ist, so hängen im Bereich von der ganzen Gesicht. Es gibt wirklich einen Massage für den Kopf. Sehr elastisch da und mit Feuchtigkeit. Also rundum zufrieden. Genau, das ist ein wunderbares Ergebnis. Herzlichen Dank an Svejun und Mani Dashnari. Vielen Dank. Und natürlich auch an unser Mortel. Ich würde sagen, dass es nochmal ein dicker Applaus wäre. Vielen Dank. Danke schön. Gibt es an dieser Stelle noch Fragen aus dem Publikum? Alles geklärt? Prima. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.